Willkommen zurück zu Neck! Allein im Wald mit dem Professor, doch nicht so wie ihr denkt, ja? Wir machen hier anständige Dinge. Sei auf der Hut, Neck! Diese Wälder sind voller gefährlicher Kreaturen. Okay, wir müssen hier alleine weitergehen. Erstmal Energie mitnehmen. Ein Käfer! Einmal. Und hier drüben den nächsten. Immer schön in Bewegung bleiben, denn wir sind ganz klein. Wir halten wenig aus. Neue Teile wären super. Okay, zwei von denen. No, 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 no! Yes! Beide besiegt! Wow! Oh shit, die explodieren! Noch so einer. Hui! Ich wette, bei denen sind wir direkt tot. Da! Ein altes Bauwerk mit Relikten darin. Sehr gut! Neue Teile für uns. Und direkt ein neuer Käfer da hinten. Mal sehen! Yes! Woody! Wow, shit! Ist ja wie bei Pokémon. Kleine Tornados. Erstmal den hier holen. Mal sehen, können wir den besiegen? Oh, hier drüben. Sehr schön. Wir werden immer größer. Okay, die machen Damage. Und zwar richtig gut. Meine Güte! Der schlimmste Vogel der Welt. Okay, ein Kobold. Der mich direkt hier gekillt hat. Egal, Runde 2 geht an mich. Der macht zwei Angriffe. Ich muss unbedingt größer werden. Wahnsinn! Wirklich alles hier ist tödlich. Und jetzt ganz schnell hier durch. Einfach in Bewegung bleiben. Haben wir eben gerade keine Energie bekommen? Oder so wenig? Kann man hier hoch? Ah, hier drüben. Nee, kein Weg. Ich dachte schon, hier können wir irgendwas tun. Okay, okay, okay! Erstmal den Käfer. Komm schon, Kleiner. Hier drüben. Lecker, lecker, neck! Na gut. Wer nicht will, der hat schon. Und wieder werden wir ein kleines Stück größer. Nein, nein, nein. Zwei von denen. Ich muss sagen, ich habe wirklich Respekt hier vor jedem Gegner. Die Falle. Erstmal hier hin. Die ignorieren wir. Denn ich wette, ich gehe wieder down. Hier sind wie viele? Zwei? Wow, wow, wow. Mach den Kobold-Dance. Okay, können wir hier was tun? Nee. Ah, hier drin werden wir langsamer. Irgend so ein Schlamm oder so. Oh, verflucht! Da bin ich wieder. Ich muss den hier wegholen. Meine Güte ist ja gut. Zweimal! Mit Rüstung! Oh, da hinten ist wieder Woody. Ich war doch beinahe drüben. Okay, okay. Kann dieses Spiel wirklich so schwierig sein? Alles klar. Wieder Energie mitnehmen. Einmal. Jetzt noch den hier. Dann rennen wir durch. Achtung, Woody! Woody, der Gauner. No, 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 no. No, zwei von denen. Aber wir müssen da drüben hin, denn da ist eine geheime Höhle. Okay. Energie. Okay, Woody und zwei Kobolde. Mhm. Ich hab ne Idee. Ich hatte keine andere Wahl. Wir wären hier gestorben. Aber seine Energie sollte man sich sehr gut einteilen. Also ich denke, in dem Spiel werden wir noch verdammt oft sterben. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. So, neue Teile. Da bin ich wieder im Rennen. No, 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 no. Hui. Noch hier drüben hin. Energie. Ich brauch unbedingt Energie. Sehr schön. Also die Runde geht an uns. Also die Runde geht an uns. Da bin ich wieder fett. Relikte. Sehr gut, Neck. Warte. Ich bin gleich da. Diese Tunnel wurden vor 100 Jahren gegraben. Auf der Suche nach Relikten. Relikte. Jetzt wissen wir, was die wollen. Damals hat man hier sehr viele gefunden. Aber jetzt ist diese Mine so gut wie erschöpft. Wow. Also die Gegner werden ja immer schlimmer. Wir sind hier in Level 2. Keine Ahnung, wie schlimm das Ganze noch in Level 10 oder so wird. Was haben wir hier? Ah, neue Teile. Und neue Energie. Moment. Moment. Wir müssen hier ein wenig planen. So. Ich wette, der hier wird schlimm. Ein Treffer und wir sind tot. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Wo ist er hin? Wow. Hier drüben. Er macht die Rolle. Intelligenz. Schon wieder eine Rolle. Er will mich hier unbedingt in den toten Winkel locken. Seine Rüstung haben wir. Und hier schön in die Fresse rein. Ja, ja. Der alte Mann, der lässt sich Zeit. Oh Gott. Na gut. Wie? Wir machen es so. Wir machen es so. Kein Risiko. Nein. Zwei von denen. Boah. Boah. Die Keule ins Gesicht. Wo landen wir? Wieder hier. Meine Güte. Wie unfair. Und ich habe keine Energie. Im Grunde könnte ich hier direkt wieder down gehen. Denn ich brauche die Lebensenergie. Wahnsinn. 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 Komm. Hau mich weg. Danke. Okay. Nochmal die ganze Runde hier. Wir ziehen uns zurück. Denn die Dinger haben keine Reichweite. Ich habe keine Energie. Diesmal müssen wir die beiden hier ohne Sonnenenergie besiegen. Man sieht, es wird schwierig. Und jetzt die nächste Runde. Wow, 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 wow. Die drehen ja völlig durch. No. Ah, ich wurde schon wieder getroffen. Erstmal den hier. Erstmal den hier. Und den hier. Also, wie besiegen wir am besten die? Ich brauche die Energie. Wenn ich oft genug sterbe, dann bekomme ich immer wenigstens ein bisschen Energie dazu. Wird noch ewig lange dauern. Aber wir machen minimale Fortschritte. Also, wenn die dreimal zuhauen, dann sind sie benommen. So, der hier macht seinen Angriff. Ignorieren. Einmal. Zweimal. Hier rein. Die machen auch immer die Rolle. Jo, 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 jo. Komm. Yes. Oh, yes. Na ja, Türen müssen ja nicht unbedingt ein Zeichen für Menschen sein. Was haben wir hier? So eine Indiana Jones Nummer. So, hier können wir... Oh, hier können wir was tun. Tada! Damit hätten wir zwei Teile schon. Okay, Moment. Hier noch hin. Nix. Das sind die Kobold-Panzer. Wir haben sie irgendwie überholt. Lange hält die alte Straße das nicht mehr aus. Oh nein, vier von denen. Ohne Scheiß, vier? Wahnsinn. Alles klar, vier von denen. Ich muss unbedingt immer hier drüben die Energie mitnehmen. Denn, wenn ich die Energie immer wieder mitnehme und draufgehe, habe ich wenigstens Energie. Einer. Noch einer. Ach komm, wirklich. Ich habe eben gerade ein paar besiegt und es kommen neue. Okay, wieder die Energie mitnehmen. Hoho. Yes. Ich habe euch, ich habe euch, ich habe euch. Noch einmal Energie. Ihr habt schon verloren. Gewinnen wir? Nein, wir gewinnen nicht. Alles klar, wir sparen uns hier noch die Energie. Eventuell, wir kommen es ja so hin. Denn, wenn wir hier zwei besiegen, dann kommen hier zwei weitere. Und somit... Okay, nur einen brauchen wir hier. Damit die zwei weiteren kommen. Da sind sie. ich liebe euch hier. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Vielen Dank.